das ist ein test so ja jetzt laufen wir mal los für 22 meter ja aber das ist schon ein unterschied die tagen nach prinzip muss ich jetzt einfach nur noch hierhin halten dann liegen sie alle im bolt bei mir sieht es wesentlich schlechter aus ja ich hab mir auch ein hutschuss hingelegt lieber gott erst rein schon der zweite ja aber der erste war ich nicht hat mich schon gewundert warum der so schräg ist naja gut ist eine weniger im sortiment den den verhindern den hau konnte ich noch hätten ja ja der ist ja mal ganze zehn zentimeter in den anderen ne du das schießt da noch mal mit ich Spannungsgeladene Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich hab jetzt mit leichten, das erkennt man den blauen, mit nocken. Und die schweren, die gelben, hab ich geschossen. Das sind 40er auf 40er, ja, eine 1, okay, die da unten darf mir eine 10, der ist out, die 2, die sind raus. Dann hab ich eine 4, ja, eine 6, eine 7 und 2 mal eine 9, ja, 2 mal eine 7. Ja, wie auch immer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.